Ja, hallo und willkommen zurück zu Rocket League, wo wir gerade durchroketten oder so ähnlich. Ah, hallo. Ich bin weiß. Warum bin ich weiß? Ja, ich bin auch weiß. Weil wir gerade keine Gegner haben. Genau, wir sind im... Oh, sorry, ich hab dich getötet. Wie tötet man jetzt eigentlich? Schnell genug reinfahren? Ich weiß es nicht. Wir sind im Gegner. Wir sind blau. Oh, oh, oh. Ich hab Tor. Die Gegner brauchen wir noch was. Du hör'n mal. Nein, du hör'n mal, nein. Und Spielersuche läuft, finde ich einen doofen Namen. Ja, Final Player. Der ist sehr unkreativ. Man sollte sich mal so nennen. Man sollte sich echt mal so nennen. Spielersuche läuft. Aber das ist in anderen Sprachversionen dann nicht so. Spielersuche läuft, hat ein Tor geschossen. Es gibt bestimmt einen magischen String, wenn man den Localization-String dafür findet, dann kann man das verstehen. Oh Gott, Solty. Oh, ich fliege. Solty ist wieder da. Also, die haben einen Bot, haben sie? Ein Solty-Bot. Ja. Puh. Ich hoffe mal, dass es die Anfänger-Bots sind. Oh, der kommt gut. Flo, ein bisschen nach links. Ah, ich versuchte es. Ich versuchte es. Aber ist nicht geschafft. Wir sind wieder in der Steampunk-Arena. Yep. Ich lege zu... Verdammt. Ah, fuck. Lau, 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 Lau. Äh, nee. Nein. Nein. Ich bin so ein Held. Nicht nur du, nicht nur du. Jungs. Sorry, Team. Eines Tages wird schon noch was. Oh Gott. Oh Gott. Ah, 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 komm, Daniel, links. Das war zwar der Gegner, aber ist auch ein Hoth. Ja, der Wünste war nur blöd. Ah, shit. Oh, 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 oh. Das könnte jetzt ein bisschen... Uh, danke. Danke für Unfähigkeit. Ähm, ich bleib mal eher... Ich halte mich mal eher zurück. Da liegt einer am Boden. What? Was? Ja, der lag auf dem Dach. Im Rohr bei uns. Nein, fuck. Das sieht immer so scheiße aus, wenn man... ... total vorbei, vorbeispringt. Ja. Shit, shit, shit. Vorsicht. Ich kann mich vorwärts. Wir wurden getoastet. Was ist denn das für ein Zeichen? Ein äffnetem Ding unten. Interessant. Oder ist es einfach eine komische Schriftart? Weiß nicht, vielleicht. So, wir warten noch bei der Flanke vom Juhl. Juhl, die war sehr flatt. Nein. Geht doch, geht doch. Komm, 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 geh rein. Nein, nein, nein. Jawohl. Yes. Danke, Flo. Ja, Flo, mal wieder. Ich bin ergerlich. Oh, diese Wikinger-Hörner, die der eine da auf dem Dach hat, die sind schon cool. Ohne Ball. So dieses, warum bin ich jetzt rechts vorm Ball? Ich möchte hinter dem Ball. Oh, der kommt gut, der kommt gut, der kommt gut. Da ist aber noch einer drin. Fuck. Ah. Oh shit, der hat den Duis bekommen. Wo läuft der jetzt genau? Wo ist der Tor zu? Weg mit! Nein, 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 nein. Weg mit! Oh, ho, 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 ho. Nein! Boah! Alles gut. Nein, vorbei. Oh, pass auf dich! Ah, schade. Den habe ich nicht gesehen. Oh, shit, jetzt sind die... Ja, die treffen mich. Doch, nicht! Die treffen nicht! So, habe ich? Okay. Jawoll! Puh! Es gibt keine Wiederholung von meiner Parade. Ach, die chatten da oben munter. Das hat gar nicht gemerkt. Macht nichts. Macht's eine Parade. Really nice save, though, haben sie gemeint. Oh, voll. Ich habe gerade mit meinem Analog-Stick kann man wohl irgendwelche Sachen machen. Mit dem Analog-Stick kannst du Sachen machen. Äh, Chat-Nachrichten. Ah, wenn du draufklickst, oder was? Also mit diesem Links-Rechts-Dingens da. Ach, mein Digital-Stick hat, oder was? Ja, genau. Ah, nicht Analog-Stick. Richtig, ich denke gerade nicht analog. Das ist das andere Ding. Ja, ich verwechsel die immer. Ah! Digital zwei Zustände. Ja, eben. Yes! Jawoll! Ah, das haben wir ja schön vorgeben. Danke, du Game. Für mich ist nur analog schlechter als digital, dementsprechend. Ja, ja. Älter, ja. Hat er auch ein paar Zeitlange Probleme. Und dann habe ich angefangen, mir jetzt vorzustellen, okay, Digital zwei Zustände. Und dann seitdem kann ich's. Wow! Oh, oh! Daniel? Ah, der fällt nicht verantwortlich. Nur in die Richtung. Äh! Das war falsch! Oh, oh! Das war eher ungünstig. Findest du? Ich fand, der war super. Aber es war gut gerettet. Ja, das ist mal eine Paraden-Folge heute. Eine Parade-Folge? Ja. Oh, 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 und der? Nicht. Sag er mal! Uuhuhuhu! Uuhuhuhuhu! Er rollt irgendwie gerade auf. Doch, vor Sicht, der an Tourtum. Jetzt sind wir bei uns, ja. Hab ich. Ist gut. End! Oh, der, ja. Egal. Oh, aber immerhin! Was? Was? Der war noch drin? Der war noch drin! Ich hab schon abgeschaltet. Ich stand schon. Ich hab gar nicht mehr Gas gegeben. Ja, ich auch. Jetzt hab ich gemerkt, weil ich da nicht reingefahren bin. Ja, aber immerhin gewonnen. Das ist das Wichtige. Alles andere interessiert uns nicht. Und ich war wieder best, dass es nicht... Du mit deinen Toren da. Das ist echt... Das ist schlimm. Ja. Wie hab ich mit zwei Schüssen, einem Schuss, zwei Tore gemacht? Das eine war kein Schuss, aber war ein Tor. Hey, hier haben wir noch nicht gespielt, oder? Ich glaub auch nicht. Diesmal wieder klein. Boom! Der fliegt rein, der fliegt rein, der fliegt rein! Sehr gut! Ich bin tot, aber ein Tor! Guter Anfang. Guter Anfang. Du bist tot und machst ein Tor? Ja! Ja, der Dicke hat nichts im Allstich. Mhm. So, ich hab mal wow gechattet. Was ist wow nach unten? Was? Da oben? Links, rechts? Du hast immer zwei mögliche... Du musst zweimal drücken. Ah, man kann zwei drücken. Okay, gut. Also links ist guter Schuss. Komplimente. Ich weiß nicht, was die Kategorien darstellen sollen, aber... Ja, wie gesagt, unten ist Entschuldigungen. Rechts ist Reaktionen. Sehr gut, sehr gut! Ah! Wir sind übrigens rot, ich wollte es nur kurz bemerken. Oh, 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 oh! Ja, ja, ich weiß schon. Das ist... Jetzt genügend geguckt, was ich chatten kann. Oh, der rollt, der rollt, der rollt keinen Haufen. Ja, ja, ich versuche ihn möglichst etwas zu verdrehen. Das ist... Vorsicht, da kommt Post-Flux. Erstmal weg. Erstmal weg bin ich dabei. Ich bin in der Mitte. Der Ball aber nicht. Hier ist der Ball. Ah! Shit! Also ich fahre jetzt nicht einen Umweg, aber die Booster sind ja eigentlich doch immer... ...mehr oder weniger im Weg. Das ist schon ein Umweg dafür, ja. Fuck. Also ich meine, wenn ich jetzt nach rechts will, fahre ich nicht nach links zu einem Booster, aber... Ja, gut. Das jetzt nicht, aber... Wo? Das war gefährlich. Scheiße. Ey! Der hat mich geschrottet, obwohl er mich nur von hinten... Oh, wohl. Dann bin ich jetzt für meine Abwehr. Sehr gut. Sehr gut. Jawoll! Nice Ding. Xandes Geräusch. Ja, es ist halt eine Zugstation. Bano, Bano heißt es auf der Schuss. Ah, Bano. 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 Ja, Train Station halt, meine Güte. Ja, ich verstehe nur die Train Station. Ich verstehe nur die Train Station. Nein! Mir ist schon bald nicht passiert. Nein! Nein! Fuck! Verdammt! Du Hermann! Kein Respekt drin! Aber alle drei von uns... an drei Stellen so knapp vorbeigeflogen. Mhm. Die, 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 die sind schon wieder. Oh, wer ist tot? Der Luis X. Du hast ihn getötet. Okay, er ist tot. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ich fände fast eckige Kanten lustiger. Also, dass der Ball nicht immer nach oben fliegt. Ach so. Ah, unten. Nicht die Ecken, sondern die... Mh. Ja. Das nervt sich nicht. Oh, oh. Nein. Das hat was. Daniel, das war übrigens die falsche Richtung, just saying. Dann bleibt man auch selber nicht immer dran. Nee, an den Wänden ist nicht schon okay. Hey. Hey. Aufloch. Nein, nein, nein. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schande noch eins. Hm. Oh, 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 oh. Irgendein... Nein! Guckt, dass ich nicht allein spiel. Nein. Nein. Ich liege auf dem Kopf. Oh, sorry. Mach nichts, mach nichts. Ich hätte den auch nicht besser erwischt. Glaube ich. Komm, jetzt müssen wir doch mal reinkriegen, oder? Komm, da muss doch einer sein. Yes! Yes! Hammer. Kein Problem. Alles cool. Nein, Stress. Ich habe nur da gestanden, um den Ball zu machen. Als ob wir es abgemacht hätten. Ach sorry. Mach nichts. Ich bin glücklich. Ja, gut, gut. Ja, 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 ja. Oh! Ich hab gesagt. sage mal aber wir führen also das muss jetzt immer nehmen oder spannend ja wo in der letzten sekunde da können wir noch mal drüber reden so wie beim letzten mal jawohl anscheinend hatten wir jetzt alle erst einmal reisende ja eine rose freigeschalten also antenne so sieht dass wir normale aus mit dem scoreboard 40 ist nicht viel es ist so dass du warst dabei hast auch mal ein ballchen gestreichelt hast den ball berührt genau die wohl die niemanden haben wirklich nur noch wirklich weg scheiße wow nein 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 Der war interessant. Gut. Bei 4,44. Scheiße. Dabei hätte unser erster Ball eigentlich drin sein müssen. Ja. Das Problem war, ich war nicht mittig. Nein! Wir sind übrigens blau. Blau, blau, blau. Hab ich schon mal gehört. Total blau. Das ist jetzt ein bisschen eng da hinten. Wir können das noch auch machen. Auch das Versagen der anderen zählen. Halleluja. Jetzt aber... Es klappt. Es klappt. Komm, 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 bitte, 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 yeah! Ich bin der Vorlage. Ich weiß zwar nicht wo, aber ich hab dir eine Vorlage gegeben. Wie du mir denn schon wieder fast geklaut hättest. Oder mich fast gerammt hättest. Oh, 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 der war gut. Kacke. Rahmen ist auch eine Lösung. Stimmt. Nein! Fuck. Zu hoch. Oh, der fliegt dann aus, oder? Da war der Mann. Ja! Scheiße. Komm, weg, weg, weg. Huhu! 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 Fast da! Shit! Huhu! Wie ist das Toastbrot? Mhm. Der scheint irgendwie gang und gäbe zu sein, viel zu chatten. Hm. Na gut. Aber das ist... Spanier. Schöne mal. Also, ich bin im Tor. Schön. Hat keine Punkte gegeben. Komisch. Ach nee, richtig, ist hier blau. Blau, blau. Ey! Jungs! Da ist unser Tor. Ich hab's 10. Komm, Daniel, hau ihn rein! Kein Stress. Boah, der war gut. Wieso sind wir eigentlich alle immer am selben Haufen? Das ist überhaupt... Ja, weil er der Balle ist natürlich. Ach so. Ist unlogisch. Weil wir keine Taktung haben. Blöde Frage. Nein! Boah! Ja, ich... Ein bisschen. Flor hat den besser, glaub ich. Ich glaub, mich hat's zurück ins eigene Tor gehauen. So sollte es eigentlich immer sein, gell? So einer außen und zwei in der Mitte, die da reinköpfen können. Wäre nicht schlecht. Das Gute war vor allem, dass der Vorlage vom Gegner kam. Hm. Nein, 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 nein! Wir sind in der Mitte, mehr oder weniger. Dann mach ich was. Komm, Daniel! Und, der geht rein. Vielleicht. Shit. Nein, vorbeigefahren! Gut, ich bin auf den Weg. 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 Also dieses seitlich schießen, drehen, kann ich nicht. Ich bin zu blöd dafür. Ah, der war doof. Von mir vorher. Ich hab nicht geschafft, genau in dem Moment, wo der Pass kam, die Kamera zu wechseln, dass ich's nicht gesehen hab, rechtzeitig, als er kam. Oh, der rollt genau aufs Tor zu. Scheiße! Ja, gut! Sehr gut, Flo. Hab ich! Ah, sorry, sorry, sorry! Ich hab's nicht gesehen. Ja, 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 ja! Yes! Ah, der war schön. Das war knapp mit dem Tor. So, jetzt noch 31 Sekunden durchhalten. Mhm. Könnt der klappen? Schauen wir mal. Nee, der kommt noch zu weit runter. Wir wollen bei niemanden zum Ball gerade gehen. Die haben schon aufgegeben. Nee, haben sie nicht. Oh, ich bin tot. Ich glaub, wenn man lange genug Bus hat, dann kriegt man irgendwann blau. Ich glaub, wenn man blau ist, dann kriegt man irgendwann blau. Ich glaub, wenn man blau ist, dann kriegt man blau. Yes! Sehr gut. Sehr gut. Headtrick! Ich hab nen Headtrick! Cool. Ja, ist am Kopf, ja. Doch, jetzt kriegen wir schon ganz nette Aussagen wie Yusak. Äh, ich glaub, der meint seine eigenen Leute. Ich find das ja schön, dass wir so ungefähr das erste Mal heute spielen. Und gleich so richtig planen. Oh, wenn man den Ball in der Luft hält, dann geht das weiter. Also es dann doch, wer auf den Boden kommt. Ja. Oder das Team wechselt vielleicht. Cool. Bäm! Coole Sache. Sternenspieler des Spiels, oder wie? Ja. Das ist dein schlechtesten Ping. Hm. Ähm. Ja, weil ich nebenbei Videos hochlade, wie mir vorher aufgefallen ist. Naja. Ach! Dann überziehen wir jetzt eins, machen wir noch. Eins machen wir noch. Läuft so gut. Haben wir eigentlich schon... Wir haben noch keine Niederlage, oder? Gegen echte Gegner, glaub ich, nicht. Boah! Krass. Warum darf ich nicht rumfahren? Spaß ist halber. White and nerdy. White and nerdy. Hallo white and nerdy. So. Motoren sind heiß. Ich auch. Das Problem ist... Hier sind übrigens rot. Ja, richtig. Und der Pustel kann in die falsche Richtung. Das ist so herrlich, wie alle vorbeifliegen. Ja, das war so dieser... Okay. What... What you do? Äh, anscheinend nichts. Nicht das, was wir sollen. Hilfe! Ey! Da wollte ich nicht hinspringen. Ja, aber gut. Nein! Wo ist der Ball? So dieses... Eigentlich stehe ich ziemlich scheiße für den Ball. Wo bin ich? Da bin ich. Oh, bitte. Was mache ich hier? So, erstmal weg. Erstmal weg! Hier kümmern... Ihr prügelt euch schon wieder zu zweit um den Ball. kein boost wo auch es ist und dann noch gut das gegeben hh h h h h und ich habe noch eine vorlage bekommen ich muss jetzt auch mal ein Headrick schießen Oh 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 oh... Puh! Oh Gott... NEIN! Oh Gott, ich aber auch! So, dieses, ja ja, da komm ich ran! kommt 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 da muss doch einer sein sehr schön das hat sich noch vorbeigekommen das sah so das mit den halbzeiten habe ich noch nicht ganz verstanden so aus der perspektive sehr herrlich aus ja nicht doch zur seite nach oben sollte springen wie man hat mich nicht nach vorne gekickt du bist voll dran geknallt ich hab's gesehen steht 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 danke kommt den krieg doch einer von euch ich bin da trotzdem mal reingerast auch wenn ich mich erwischt habe ich mir dachte was weiß ich war es da jetzt dann ist die vor du bist weiter vorne ja scheiße da war einer ihr kümpt behindert euch gegenseitig ich bin bloß bei ihm habe ich nicht angefasst wollte mir nur durchtribbeln nun in der fliegt genau rein der genau rein war nicht beschützen so viel schützen ich will doch nicht sprengen jungs ich habe den gegner weg gemacht alles gut bis auf die drei toren bin ja mal aus dem weg gefahren aber auch hat weg was ja moment wie kriegen wir das jetzt weiterhin hin ja ich würde sagen das war doch jetzt was ganz nettes ich bin jetzt mal aus dem menü draußen ich habe jetzt ein anderes label als anfänger mittlerweile ja ich brauche ein bisschen ja also viele sachen freigeschalten sehr cool können jetzt tolle streifen und überhaupt und sowieso ja ich würde sagen schreibt uns doch mal was ihr von dem spiel haltet ich weiß nicht manchmal noch eins ich glaube ja nicht oder dass das war es jetzt erst mal da habt ihr noch lust bei 1 muss noch gehen lust hätte ich schon gehört dann ja machen wir eine kleine pause und dann geht es gleich weiter also für uns bei euch dann beim nächsten video ist ein vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal so 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 so